Wisst ihr? Ich weiß jetzt schon, dass ich heute eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue noch zum Essen fehlt. Wollt ihr mir helfen? Ja, wirklich? Toll! Hey, also ich weiß jetzt schon, dass ich hier eure Hilfe brauche, um herauszufinden, wofür es bald Zeit ist. Wollt ihr mir helfen? Ja, wirklich? Toll! Hey, ich weiß jetzt schon, dass ich eure Hilfe brauche, um herauszufinden, welches das Lieblingsgeburtstagspartyspiel vom Briefkasten ist. Wollt ihr mir helfen? Toll! Hey, also heute brauche ich wirklich eure Hilfe, Kinder, um herauszufinden, was Blue machen will. Wollt ihr mir helfen? Ihr wollt? Oh, gut. Hey, ihr wisst schon, dass ich eure Hilfe brauche, um herauszufinden, welches Lied Blue singen will. Helft ihr mir? Oh, wirklich? Klasse! Wisst ihr, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder unbedingt eure Hilfe brauchen werde, um herauszufinden, was Blue noch in ihr Bild meint will. Wollt ihr mir helfen? Ihr wollt? Gut. Wisst ihr, ich weiß schon, dass ich wieder eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was wir zum Strand mitnehmen müssen. Und, helft ihr mir? Ach, wirklich? Na toll! Wisst ihr, ich weiß schon jetzt, dass ich wieder eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue sein möchte. Und, helft ihr mir? Ach, wirklich? Klasse! Dann los! Wisst ihr, es ist so, dass ich heute wieder ganz sicher eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue im Schnee machen will. Wollt ihr mir helfen? Oh, wirklich? Das ist gut! Wisst ihr, ich weiß jetzt schon, dass ich mit Sicherheit eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue Neues versuchen will. Wollt ihr mir helfen? Ihr wollt? Gut, dann kommt mit! Wisst ihr, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue heute draußen machen will. Ihr helft doch mit! Oh, ein Glück! Klasse! Wollt ihr, ich weiß jetzt schon, dass ich heute wieder eure Hilfe brauchen werde, um herauszufinden, welches Märchen Blue aufführen will. Wollt ihr mir helfen? Ihr wollt? Großartig! Wisst ihr, ich weiß, dass ich heute wieder eure Hilfe brauche, um herauszufinden, was Blue solch schreckliche Angst macht. Wollt ihr mir helfen? Ihr wollt? Danke! Also, ich weiß jetzt schon, dass ich dringend eure Hilfe brauche, wenn ich herausfinden will, was Blue vorhat, wenn Magenta zu Besuch kommt. Magenta zu Besuch... Helft ihr mir? Ja, macht ihr? Genial! Also, ich weiß jetzt schon, dass ich heute eure Hilfe brauche, wenn ich herausbekommen soll, was Blue uns sagen will. Würdet ihr mir helfen? Ja, macht ihr? Toll!